Die letzte Rednerin für hier, für den Auftakt, das ist Unisaskia von Acamba, Acampada Berlin. In Anführungszeichen, entspannt euch. Ja, hi. Ich heiße Saskia. Es ist mehr ein Heftalpengut von uns französischen Widerstandskämpfern. Sie erfahren, Herr Zellkuss, es ist auch. Empört euch. Ich tat im Kultuell, ich empörte mich und forderte einen revolutionäre Sommerkämpfer Berlin. Acampada Berlin empört euch. Wir traten uns zum ersten Mal im 5.6. nach dem Anstanderplatz, neben dem Grund der Völkerfreundschaft, auf dem Platz der Veränderung. Und wir machten gemeinsam den Sinn dieser beiden Namen wahr. Wir zogen solidarisch zu einer Demonstration der Griechen am Neptungrund. Sie empörten sich ebenfalls. Die faulen Griechen. Und weil es da ja auch so lauter kippende Spanier gab, toten die Italiener, sowie temperamentvolle Tunesier und pingelige Deutsche, schrieben sie in Niedermassen uns empört. Wir sind empört über die geraten Berichterstattung der Medien zu allen sozialen Bewegungen in der ganzen Welt. Über mangelhafte Demokratie. Über den Abbau des Sozialstaates. Darüber, dass unsere Stimmen an der Politik einzig nicht gehört werden. Darüber, dass Menschenrechte verletzt werden. Über die europäischen Stabilisierungsverträge. Und weil sie zum Scheitern verurteilten Wiederbelebensversuche eines ungerechten, maroden Wirtschaftssystems. Über die Intranstrends politischer Prokette. Auf der Basis reichlich zivilistischen Weltkrieg und uninformatische Einzelnen zu werden. In denen jede Stunde eine Stunde sein darf. Und nicht mal die Pflanzen raus. Sie haben die Kassel, aber ich schenke nicht. An dieser Stelle, wo ich zu einer Gegenwehr. In die politischen, wirtschaftlichen und medialen und wissenschaftlichen Kreise. Ich empführe mich. Ich engagiere mich. Ich vernetze mich. Ich verändere mich. Ich nehme mir die Straßen und ich nehme mir die Plätze. Am 20. August 2011. Und AKP der Berlin zu AKP-Party Berlin. Auf dem Alexanderplatz Richtung Weltzeit-Uhr. Jeder von euch ist herzlich eingeladen, sich einzufühlen. Kreativ zu werden. An offenen Mikros zu sprechen. Und dann einfach nur den drauschen Klängeln zu geben. Und den ersten Tag von hoffentlich vielen Folgenden einer echten Demokratie jetzt zu geben. Es geht um 15 Uhr los. Das Offizier in 23 Wochen, die immer so müßliches zum Reinlegen wird. Und die lieben die erste Nacht in den Sternen. Die erste Nacht echter Demokratie jetzt darf ich hingehören. Auf die Straßen und auf die Plätze. Weg mit dem WTMG. Empört euch. Heute, hier und jetzt. Ich sage, hau das nicht. Was habt ihr denn für ein Problem? Wir wollen es ein bisschen kürzer machen. Wir haben sie gerade vor drei Wochen eine Pflanze so groß aus der Wohnung rausgeholt. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Wegen einer Pflanze. Da sehe ich ein paar von diesen Pflanzen. Also ich finde diese Pflanzen getragen keine Waffen. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Die sehen ganz gut aus. Die sehen ganz gut aus.